Die ganz vielen Menschen, die so durch die Lüfte schweben da. Das gibt es auch in Orgema. Ach so. IGS.com Los, flieg die Lüfte und macht den Held. Das ist immer so Imba. Ja, die kenne ich. Das sind alles Werbefritzen. Oh. Die sollen was da sehen. IGS. Es soll ja wirklich Leute geben, die auch sowas reinfallen. Ich kapier das nicht. Wie machen die das eigentlich denn? Hacken die das Spiel irgendwie oder so? Irgendwie gibt es einen Trick, aber keine Ahnung. Das wollen viele aus meinem Bekanntenkreis wissen, wie das funktioniert. Ja, auf Privatseuern kann man ja hacken, ohne irgendwie erwischt zu werden. Das, damit habe ich schon gute Erfahrungen. Hört ihr das? Er macht illegale Aktivitäten. Nein, mache ich nicht. Oh, sie machen das Herz, sie machen das Herz. Oh, wunderschön. Leute, seht euch das rein. Ach. Was denn? Sie machen gerade ein Herz in der Luft. Toll. Siehst du dann bei der Aufnahme. Warte mal, ich bin auch ein Hexenmeister. Ich will, ich will mittun. Ich komme nicht in die Luft. Okay, egal. Sie ist voll das Spielkind. Findet ihr nicht? Nein, nein, nein. Ich habe nicht genug Gold. Ich habe nicht genug Gold. Ich brauche Gold. Ich hätte, ich hätte, ich hätte elf Silber, die ich dir rein, rein könnte. Ja, bitte. Ja, großartig. Okay, wo bist du, wo bist du im Magierviertel? Nein, warte, vielleicht brauche ich es doch nicht. Ähm, warte, warte, warte. Nee, ich brauche es nicht. Okay, gut. Ja, ich kann mir gerade mal ein Material kaufen. Dann kann ich was herstellen, dann kann ich das verkaufen, dann kann ich wieder neues Material kaufen. Oh, eine Leidenweste, nice. Oh, ich, neat. Ist durch, random. Kann ich eine von Ihnen haben? Zuverlässig. So eine Leidenweste, dingens. Wieso sagst du denn nix? Klar, kann es eins haben. So, das macht bitte ein Silber. Ein Silber. Weißt du was? Heute habe ich einen splendablen Tag. Kauf dir was Schönes. Danke. Seht ihr, Leute, so macht man Geschäfte. So, Schneiderlehrer hier. Zack, zack, zack. Schneiderreite, du. Wieso habe ich eigentlich so viel Geld? Woher soll ich das wissen? So, Leidengürtel, sehr schön. Nein, das will ich nicht. Ähm, ich mache jetzt... ...das hier, genau. Ich mache das hier. So, Leute, auf meinem Screen gehen wir jetzt mal durch Stummen spazieren. Ja. Ach, ja, wunderschön. Das hier wird früher oder später alles wunderbar zerstört werden. Hurra, wir freuen uns ja so. Also, ich mache das Stummen nicht. Ich mache der Orgel mal lieber, weil ich HODLer bin. Ja. Und so. Typisch. Also, für alle Leute, die es nicht wissen, HODLer hauen grundlos drauf. Allianzler haben Strategie und Intelligenz. Deshalb gewinnen sie hauptsächlich. Komischerweise. Ach, ich hasse es. Ja. Manchmal bringt logisches Denken näher, als einfach nur Pira aufhauen. So, und ich bin gleich hier auch fertig. Okay. Ich kaufe mir mal ein bisschen nutzlosen Kram, den ich überhaupt nicht gebrauchen kann. So. Wenn du da weißt, dass du ihn nicht gebrauchen kannst, wieso kaufst du ihn dann? Hm, gute Frage. Weil er cool aussieht. Nächste Frage. Eine Rose kann man kaufen. Die man in der Hand hält. Ganz. Weil er in der Rose ist raus. Gott. So, okay, ich bin fertig. Okay. Ich warte mal hier. Wenn du ein ganz ein klein wenig Minilex hast, oder so, manchmal. Das kommt von Gebieten, wo ganz viele Spieler sind. Das legt dich dann wieder. Ja. Hoffentlich. Und so. Tja. Die Playlist wird, wir erstellen noch eine Playlist, falls wir das noch nicht haben. Und die wird auch ständig aktualisiert, weil wir jetzt nicht unbedingt wissen, auf welchen Kanal der nächste Playlist hochgeladen wird. Ja, genau. Sobald hier was hoch ist, aktualisieren wir die Playlist. Auf beiden Channels ist dann eine Playlist. Ganz einfach. Ja. Dann könnt ihr auf meinem Channel und auf Kindora's Channel drauf zugreifen. Wo gehst du hin? Ach so. Du bist ja schon da. Ja. Das ist eine coole weiße Robe. Wow. Habe ich hergestellt. Nein. Geben dir Leidenschaft, dann kann ich dir das auch herstellen. 2000. Wow. Ah. Die Glocken läuten. Ah Mist, ich hab den In-Games halt nicht an. Also, bei Fraps. Egal. Wer es nicht weiß, um, ähm, um eine gewisse Uhrzeit, ähm, läuten die Glocken in WoW. Ich weiß auch nicht. Was meinst du, hä? Die Glocken. Kennst du die nicht? Wenn, äh, weil er es... Ach, die Glocken. Ja, die Glocken, die machen die auch, ähm, ja, ja. Genau zu diesem Zeitpunkt heiraten viele auch, weil, ist halt ein schönes Glockengeräusch, ne? Ja. Geht das eigentlich auf Nicht-RP-Syvern zu heiraten? Ja, sicher. Und wie? Das hab ich noch nie gerafft. Du kaufst dir einen Ring, du kaufst, äh, du kaufst dir einen Ring. Ähm, ähm, dann suchst du dir Trauzeugen, die sich natürlich entsprechend anziehen. Dann suchst du dir eine Frau, die du heiraten willst. Dann geht ihr in die Kirche von Sturmwind und dann heiratet ihr. Ah, okay. Wie im richtigen Leben. Ja, natürlich. Aber die, äh, die Sachen sind ganz schön kostschwierig, ne? Klar, ja. Okay, es gibt Ringe, äh, die... ...etwas billiger sind. Und dann muss man auch einen Ehring nehmen, ne? Ich kenne jemanden, der hat knapp 500 Gold nur für seine Hochzeit ausgegeben. Oh mein Gott. Das wäre mir deutlich zu viel. Und die Personen, die dabei sind, die müssen natürlich auch entsprechend angezogen sein, ne? So ein Schneiderer kann ja ein Smoking herstellen. Mit den richtigen, ähm, Dingelsen, äh, der Captain, aber... Keine Ahnung, wo man das herkriegt. Ähm, in, 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 in Ironforge. Für ein paar Gold. Das habe ich jetzt nachgeforscht. Ja. Mann, wieso sagst du das nie? Wie ich... So. Tak. Weiter geht's hier. Friedensblume. Oh, jetzt kann ich meinen ersten Haltrank herstellen. Der wird mir noch gut für Nutzen sein. Ich greife meinen reudigen Wolf an. Oh, ich hatte mich gar nicht da. Tick, tak, tick, tak, tick, tak. Tja. Gwen Stefanie, Tick, tack for zwei minutes. Wie kann man sich das nur zwei Minuten anhören? Ich finde das super. Genau deshalb habe ich es auch erstellt. So. Ja. Every 7 schon. Geht eh halbwegs schnell voran. Für dich. Im Moment sind wir auch erholt. Cool. Yay. Null Prozent plus. Nein. Da ist die Wache, Robert. Für ein Priester-Quest ist sie gedacht. Warte mal, warte mal. Musst mir ein Sturmwind, ähm, äh, in den Völteilen noch eine Quest annehmen? Welche denn? Nein, irgendeine. Musst mir noch eine annehmen. Oder so. Ich weiß, nämlich nicht. Keine Ahnung, eben. Dass du nie aufpassen kannst hier. Entschuldigung. Takt. So. Hm. Hm? Ich kann nichts annehmen. Ja, ich auch nicht. Ah. War alles geplant. Eine Minute Aufnahmeverschwendung. Die Zuschauer werden wir danken. Bitte sehr, Zuschauer. Oh Mann, wer ruft jetzt noch an? Ja, ja, dass ich... Gut. So. Ja, kriegst du einen Intelligenz-Bass. Boom. Die Wache, ja. Ach so. Und ich bekomm keinen. Du musst mal zu mir kommen, dann kriegst du auch einen. Ich steh hinter dir. Hinter dir. Hier. Aus der Reichweite. Oh. So, jetzt mal die schlimmsten Gegner in ganz Leowäbesin. Die schwerste Sprache, die man nur lernen kann. Mörlokisch. Vier Buchstaben. Das sind drei. Ja. Wie kommst du auf vier oder fünf Buchstaben? Ein R, ein W und ein L. Dann noch ein bisschen Wasser im Mund, fertig, du hast sie. Mörlok-Brache drauf. Ja. R, 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 R. From the coast of west, for two black families, Silent, I'll hunt your silent, I'll creep. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen. Aber du hast selber mal zugeschrieben, dass ich eine gewöhnungsbedürftige Stimme habe. Wir alle haben gewöhnungsbedürftige Stimmen. Ach, es gibt Leute, die haben schöne Stimmen, finde ich. Ja. Sehr selten. Finde ich. Und das sind dann immer die Inval-Leute. Sehr. So. Oh, oh, das sind viele. Komm, du hast einen Haltrang, geh mal vor. Nee, warte, warte. Warte. So, warte kurz. Ich mach mal schnell meine Verteidigung hoch. Verteidigung erhöht um 50. Ja, um 50. Ich hab den Trang verkauft, den räum ich. Oh, 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 oh. Wo seid ihr, Weicheier? Oh, 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 oh. Ich nehm dir ja schon einen ab. Danke. Ja, einen. Ja, mal genug. Du kommst noch mehr. Oh, ja. Ja, jetzt hast du mit deinem Halsrang angegeben, aber gebracht hat es dir letztendlich nicht viel. Los, 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 los. Holen wir den Weg? Holen wir den Weg? Danke. Ich kann noch nix machen. Ich hab keinen Chakra mehr. Ich hab keinen Mada mehr. Ich muss jetzt selber... Ja, ja, ich hab dich die Ausreden. Hilfe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte, Gott. Lass ihn sterben. Nein, sind abgehauen. Ach, verdammt. Tja, das passiert mit Angebern, was? So nett. Hättest du wenigstens was zur Geisterwelt sagen können. Hör mal da hin. Ach ja, stimmt. Hier sind wir in der Geisterwelt. Geisterwelt. Schön weiß. Und wir hören sie noch saumäßig oft sehen. Extremst oft, ich sag's euch. Ich weiß nicht immer noch, was mit dem guten alten Himmel- und Hölle-Prinzip passiert ist. Wieso hat ein Blizzard das abgeschafft? Die Geisterwelt sehen wir nicht aus dem Grund, dass ich oft sterbe. Beziehungsweise, dass ich oft sterbe, weil ich so schlecht bin. Sondern, weil ich die Geisterwelt so gar nicht sehe. Ich find das ja wunderschön. Und du hast vier gebullet. Mann, willst du, dass wir sterben? Go, go, go. Ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich sag dir... Wieso hast du weh? Die gehen dann wieder auf mich. Ja, ah, 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 ah. Yes, down. Wieso geht die auf mich? Ich hab euch doch gar nichts getan. Oh Gott. Stierf, stierf. Nein, ich hab mich auf mich. Nein. Oh mein Gott, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich hab mich auf mich. Oh Gott. Nein, stierf, stierf, stierf. Wir haben es überlegt, wir fliehen. Ja. Nein. Ah, jetzt will ich die Geisterwelt mehr. Ach nein. Ich hab's nicht gehört. Alles ist schwarz und weiß. Wenigens haben wir gleich viele Desks jetzt. Wofür hab ich eigentlich den Farbbildschirm gekauft, wenn ich dann doch alles schwarz-weiß sehe? Das ist ein wunderschönes Blau in der Geisterwelt, finde ich. Deswegen gehe ich auch so oft rein. Naja, wir werden sie wirklich noch ewigst oft sehen, Leute. Ewigst oft. Ja, im nächsten Gebiet sind schon wieder welche. So, jetzt lute da mal und weiter.